Wiking, das ist deine Chance zu beweisen, dass ein echter Wikinger in dir steckt. Zu ihm gehört das kleine Mädchen da? Ich bin kein Mädchen. Mautze! Hilfe! Ich suche etwas, etwas sehr Wertvolles. Hier ist nichts mehr. Dann lebt wohl. Der Schatz der Götter. Ich habe herausgefunden, wo der Schatz der Götter liegt. Prost, Männer. Der schläglich ist, wenn er einen Vater entführt. Und daher ist der neue Häuptling Vicky. Ich muss dringend zum Ohrenarzt. Ich habe kein Vicky verstanden. Der weiß doch gar nicht, was er uns befehlen soll. Lass dir Vater wiederholen. Schade, dass er mich jetzt nicht sehen kann. Leuer Kurs. Da ist ja gerade Steuerwagen. Richtung Kapp der Angst. Ich habe so zahmisch. Der Zahn ist raus. Raus! Drei, zwei, eins, Feuer! Was hast du vor? Ich rette dir deinen Wikinger-Hentzern! Die von uns sehen aber anders aus, als die bei uns zu Hause. Stimmt, die sind hübsch. Die Burg des schrecklichen Zwerges. Schatz, der Brötter. Ich hab's. Ich weiß, wie wir reinkommen. Genau die gleiche Idee höre ich auch gerade. Fall das! Oder ihr habt keinen Anführer mehr. Wieso? Wir haben doch noch Vicky. Schmache. Klappe fährt. Klappe fährt! Wenn der schreckliche Sven den Schatz bekommt, sind wir alle verloren. Rüst zu fährt! Hör das nicht vor Gericht! Jeder kann mitlos sein, wenn es wirklich wichtig ist. Rüst zu fährt! diferentes.